Ich sterb mal kurz. Ach, der Elite hat's überlebt. Ich kotze. Muss ich zurücklaufen? Zu viele Feinde in der Nähe, sagt er. Ich bin wieder. Shit, ich habe keine Granaten. Äh, ich muss ganz kurz gestorben. Okay, das ist los. Äh, der Elite kommt da gleich aus der Ecke. Äh, Plasma? Ich habe nichts. Ist das keine Plasma? Na, dann verschwende nicht, dann, äh. Ich gebe dir Deckung. Okay, er ist down. Ja, meine E-Taste ist gerade... Du bist von hinten beschossen. Der ist auch down. Ja. So. Und jetzt versuche ich die Geschütze zu melden. Ja, und ich versuche ganz kurz. Sehr gut. Denk dir an, auf alte Grafik und so. Ich freue mich. Oh, vielleicht doch. Das ganze Gestrüpp und Gebüsch und der ganze Leuchteffekt ist nicht so hart. Ich habe die Schmerz. Und da habe ich das. Und da habe ich es. Und da habe ich einen. Und da habe ich das. Ja, ein Schütz ist weg. Ah, hat sich Neuer reingesetzt. Er ist weg. Alarm, Landungsschiffe der Allianz im Anflug. Und wo wollen die Schütze? Oh, das war... Was? Oh, ich hab keine Munition mehr. Oh nein, das Geschütz ist explodiert und hat mich umgebracht. Doch. Oh, ich hab hier neue Munition. Gibt's die hier in nem Stein weiter? Ja. Dann lass uns einfach weitergehen. Versuch ich. Oh nein, nein, ganz schlechte Idee, ganz schlechte Idee. Okay, wir müssen erst die da draußen, glaub ich, wegkriegen. Dann sind wir echt gezamwiched. Und... Wieso war das kein Kontrollpunkt? Zurück, wenn er tot ist, zurück, wenn er tot ist. Ja, dann hab ich runtergeschossen. Warte, bleib mal stehen. Ah, was war das? Weil der Elite war da so entspannt am Umstehen. we gettin' ich resolν! Oh, ähm. Oho. Hä?! Ach, da oben hat er runtergeschossen, der Knilch! Ich bin tot. Diesmal wirst du aber der Elite wissen. So, wenn er um die Ecke kommt, ist er hin. Ich habe kein Schild. Kein Schild. Er ist da. Ein Schild, ich habe kein Schild mehr. Zwei ohne Schuld. Zwei ohne Schild. Ah, shit. Ah, sehr gut. Oh, jetzt sitzt ein Grunt drauf. Wollen wir erstmal den Elite wegkriegen? Ich würde erstmal den Quartier oben wegmachen. So, weil... Können wir uns hier frei bewegen. Wo ist denn der Elite? Ach, da hinten? Ja? Hm. Könnte das sein, ja? Ja. Lass mich erst den mit einer Plasma treffen. Jedes Mal, wenn ich direkt drauf drücke, bewegt er sich. Eins zu eins. Ist der Wahnsinn. Hm. Sehe ich nicht lecker aus, lieber Elite. Er kommt wieder. Ich habe schon mal ein Schiffstum dahinter. Und genau bei den drei Bollen liegt eine Tarnung übrigens, ne? Äh, hat Plasma drauf? Hm. Ja. Zurgezogen. Du hast mich geschlagen. Haben die keinen Fantry frei oder so? Achtung! Gleich explodiert das Geschütz, dann... Schnell weg. Jetzt explodiert es. Ja. Der Grunt lässt immer eine Granate fallen, wenn es... Hm, das ist, äh... Ein Schädel. Oder explodiert der Grunt. Alles auf ein. Ach, kacke. Besser teilen. Okay. Irgendwo verschwindet mein Schuss hier. Er trifft mich und ich schieße hier in die Wand rein. Oh nein, ist das so zum Katzen. Ich weiß nicht, ob er down ist. Also ein, zwei Petronen muss ich mir noch für die... Die Typen dürften auch sparen. Ansonsten... Warte. Die Schakale müssen noch näher. Ja. Die krieg ich auch so. Willst du mich verarschen? Ich bin tot. Oh. Echt jetzt? Oh. Weil mir einer weich gestackt wurde. Wir müssen doch nicht alle clear. Aber sonst sind wir gesandwiched. Sind wir... Sind wir... Sind wir... Sind nur zwei lächerliche Eliten. Ich hab ne... Weil ich leg mich lieber nur mit zwei Eliten an, als wieder schon wieder mit einem geländen Raumschiff. Wenn das nur zwei sind. Sind tot? Zu viel... Zu viele Feinde. Ich warte bis mein Schild aus, bevor ich hier rumlaufe. So. Und jetzt. Ja. Dann können wir eigentlich auch versuchen gleich einmal komplett durch zu... wenn. Nö. Ich glaub das schaffen wir nicht. Da hast du schon viel zu viele. Selbst wenn man die Talon mitnimmt. Und jetzt. Du kannst sie ja unternehmen. Aber die Talon mit stroke. Du kannst du ja auch nur noch mal nach. Du kannst du nie woher. Du kannst du ja. Nachdenkommst. Du kannst du ja. Du kannst du ja noch einen ... Danke. Dicht. Kaffeeci. Ichial. Ey, irgendwo fallen immer die Kugeln ab. Das ist keine gerade Linie. Ah, okay. Das ist ja echt mies. Ich habe immer übelst gerade in den Boden reingeschossen, obwohl ich das nicht gesehen habe. Das ist ein bisschen doof. Die überarbeitete Version ist, äh, grafisch zwar hübscher, aber spielbar wesentlich schlechter. Weil überall Hindernisse im Weg sind. Die du sonst nicht siehst, weil die ganzen Texturen ganz ganz schlecht sind. Nicht gut. Nein, 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 nicht gut. Mann. Da muss man doch hochkommen. Nö. Nö. H?! Wo, ach, von da. Okay. von links herr beschossen von gerade rüber hat sich einer wieder in den turm gesetzt oh es ist ein Tor bin da ich versuche hier die ganz versuchte ganz klar bisschen zu dezimieren da unten könnten wir eigentlich theoretisch nicht und reinspringen wir haben gar nicht so weit weg die ganze davon habe ich zwei platt gekriegt das sind nur zwei elites ich habe sie jetzt getriggert jetzt sind sie da ich bin tot es war aber knapp ich bin tot mit der sniper bin runtergefallen sniper ist weg kein problem doch damit sind eliten ganz einfach na gut und ich habe nicht mal eine granate alles weg das nervt mich jetzt schon da sind zwei lieben immer noch bush sei mal nicht so buschig ich bin tot ich bin tot ich bin tot so ob nun auch die sie in も Oh, Fenton! Fenton, aber der kleine Schakal auch. Oh, ich hab fast keine Munition mehr. Äh, warte mal. Warte mal, bevor du hochgehst. Äh, respawn mich mal. Da fällt man aber sehr tief. Wer da? Oh, hi! Wo warst du denn? Ich falle da unten noch. Oh, das ist jetzt schlecht. Dann laufe ich hier unten lang. Na ja, unten und dann hier einmal Richtung Felsen. Oh, nein. Oh, oh! Cut! Granata! Lips now? Okay. Ich hab dich getroffen. Mhm. Oh, mein ist leer. Brauchen wir jetzt weiter. Wir wollen eben Plasmapistolen, aber wenn wir eine brauchen. Ja. Oh, ich bin tot. Gott. Das ging aber jetzt schnell. Hinter dir sind auch Fächer. Ja. Oder? Ne. Noch nicht da. Noch nicht da. Zu viel, ne? Ja, das Ding ist da oben halt. Der eine nervt noch ein bisschen. Ich finde das schön, wie ich die ganze Zeit den Hintern angucke. Ja. Ja, dann wird er. Mal gucken, war doch ganz einfach. So, der Schakal ist auch weg. Mhm. Oh. Oh. Von der Seite. Ja. Okay.